Und schon wieder gibt es schlechte Nachrichten von der britischen Königsfamilie in Sachen Gesundheit. Prinzessin Anne, Schwester von König Charles III., 75, befindet sich derzeit im Krankenhaus, wie der Buckingham-Palast nun offiziell mitteilen ließ. Was genau passiert ist, ist unklar. Jedoch hat sich die 73-Jährige offenbar leichte Verletzungen sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen. Die königliche Prinzessin hat nach einem Vorfall auf dem Gatkem Park Anwesen gestern Abend leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten. Derzeit sei Prinzessin Anne weiterhin in Behandlung, heißt es weiter, doch man gehe davon aus, dass sie sich schnell und vollständig von dem Unfall erholen wird. Ihre königliche Hoheit bleibt vorsichtshalber zur Beobachtung im Southmate-Hospital in Bristol und wird voraussichtlich schnell und vollständig genesen. Der König wird auf dem Laufenden gehalten und schließt sich der gesamten königlichen Familie an, indem er der Prinzessin seine besten Wünsche für eine baldige Genesung übermittelt. Zuletzt zeigte sich die 73-Jährige am 20. Juni beim Royal Escort-Pferderennen mit den übrigen Royals in der Öffentlichkeit. Was das Thema Gesundheit angeht, läuft es bei den britischen Royals in diesem Jahr alles andere, als rund. Nachdem Sarah Ferguson Anfang des Jahres ihre zweite Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, folgten ihr im Februar König Charles III. und Ende März dann auch Prinzessin Kate. Kate hatte sich nach Bekanntwerden ihrer Erkrankung lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, feierte bei der Trooping-de-Color-Parade Mitte Juni dann aber ihr Comeback.